Hi, ich bin Ranji, lebe in Mumbai und habe einen grossen Trauer. Ich habe die Fanpage von ARMY gefunden. Die suchen einen Jungen in meinem Alter. Das kann kein Zufall sein. Ja, aber die wollen erst mal nur ein Bewerbungsvideo. Ideen sind wie Pups. Die müssen raus. Ey, das könnt ihr nicht machen. Doch, wir ziehen jetzt nach Deutschland. Dann the chicken to the bean, dann the chicken to the bean, dann the chicken to the bean. Waren Sie schon mal in Deutschland? Heute, das erste Mal. Deutschland, hurra! Bunker. Das ist Antoni, meine Tochter. Sonin, Ranji. Mich können Sie gerne Frank nennen. Hallo, gerne Frank. Ist das dieser ARMY? Ja, er macht gerade einen neuen Film. Und wenn ARMY mich zum Casting einlädt, bin ich hier bald weg. Das Bewerbungsvideo muss bis morgen da sein. Sonst ist es vorbei. Pech. Manchmal ist das Leben wie Mathematik. Es fehlt nur ein Millimeter zum ganz großen Glück. Willst du einen wilden Tiger jagen, dann musst du damit rechnen, dass du einen wilden Tiger dann auch triffst. Schau dem Tiger ans Gesicht, es wird immer einen geben, der Freunde denkt, das kannst du nicht. Ungemahntes Gift macht kaputt alles. Papa, ich habe einen Traum. Und Träume sind nicht so wie Mathematik. Träume können wahr werden. Zum Glück ist das Leben nicht nur Mathematik. Du kommst mit? Ja klar, ich liebe Abenteuer. Pinos, doch vor allem gibt's Musik. Deutsches Mädchen. Indischer Junge. Komm, wir tanzen. Komm, wir tanzen. Komm, wir tanzen. Komm, wir tanzen. Müll wird bei uns getrennt. Capiche? Cappuccino. Komm, wir tanzen. 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 Vielen Dank.